Let's play Zombies Folge 4 Wir kämpfen immer noch gegen die Ja Killer Blobs Und okay es geht doch direkt Ach ja die Killer Blobs Scheiße Gut weiter Ich weiß gar nicht Müssen wir nochmal hin Da waren doch Müssen wir nicht hier lang? Ich weiß nicht Ich glaube wir müssen hier hin Da kommen wir doch her Kommen wir von hier unten her? Ja da kommen wir her Da haben wir eben aufgehört So Ich weiß gar nicht Ihr nämlich ein bisschen Kennst du diesen Film The Blob? Von Ich weiß nicht 1985 Da drinnen schwimmen wir Ich geht Ich kenne Ich kenne nur den Namen The Blob Ist das so ein ganz alter Film? Es gibt einen ganz alten Ja Und es gibt auch eine neue Ich kenne nur die neue Film des Films Von 84 Irgendwie so Und der war so mega eklig Der Film Okay Ich erinnere mich an diese eine Stelle Der ist ein Kellner im Restaurant Und unten durch den Kanal Der Blob Und greift seine Hand Und Das ist so fies Und zieht ihn dann tatsächlich komplett Das ist so fies Ich komm Ich komm hier nicht raus Ich komm hier nicht raus Oh alter das gibt's nicht Das gibt's doch nicht Sag mir du bist jetzt game over Oh man Jetzt komm schnell hier her Hier her Ich hatte doch Ich hatte doch einen Komm hier her Ich geh jetzt raus Du gehst raus Wie fies ist das Hier Geh da jetzt rein Alter Ich bin da nicht drinnen Oh wir haben wieder massiv Übersteuert Das tut uns so leid Okay Ich hab viel mehr Punkte Wie kommt das Bin ich immer so viel besser Oh nein Level 10 Ich lass dich gewinnen Ja okay No assembly required Ja bin ich mal gespannt Meins Ja nimm mal Warte Das nehm ich Warte Mehr Leben von uns gerade Ich glaub du hast weniger als ich Dann nimm du mal den Verbandskasten Sicher ist sicher Jo Aber denk dran Dass du noch benutzen musst Ja Ich hab hier Cola Dosen Das nervt Dass man immer so komisch Wie Sachen rüberlaufen muss Um die einzusammeln Ja So Können wir jetzt irgendwo hier lang Ohne was zu sprengen Hier unten vielleicht Kommst du? Ich komme Kommst du? Wo kommt der denn her? Oh ich schicke das einfach mal nicht Hier vorne Da geht's Ich hab übrigens neulich Bei Youtube suche Als ich mich so ein bisschen Über das Spiel Ja du musst einfach ein bisschen Nach oben gehen Als ich mich so ein bisschen Über das Spiel schlau gemacht hab Habe ich einen Live Action Film gesehen Also es gibt auf Youtube Vielleicht verlinken wir das am besten In einem Video hier Da gibt's ein Video Ich weiß nicht ob das Ein Hobbyprojekt ist Oder irgendwie Ne Bewerbung war Für ne Filmhochschule oder so Aber da gibt's Nein Wie doof sind wir eigentlich? Oh so fies Aber jetzt ein ganz cooles Video Wo sich ein paar genauso Jetzt musst du es alleine erstmal weitermachen Bis zum nächsten Pass Oh Gott Ich muss das alleine weitermachen? Aber das sind meine ganzen Schlüssel Kannst du die einsetzen Okay Dann gehen wir hier oben Oh wie schiit Ach du kriegst das hin Nein Nein Ich muss den Arztkopfern nehmen Nein Ich weiß nicht wie Geh runter Geh runter Geh runter Geh runter Geh runter Schnell Schnell Warte Wie nehm ich den Arztkopfern So und jetzt hier So Okay Oh Gott Alter So jetzt weiter Du schaffst das Nach oben Ja Nimm nochmal ne andere Waffe Du hast hier eh kaum Munition Das bringt dir offenbar nichts Kannst du dich vielleicht in so'n Hike verwandeln Hast du so'n Trank dabei Ne Ich hab auch keine tollen Waffen Ich hab nur ein paar Bazookas Oh Gott Oh Gott Wir haben die ganzen Endlast Die ganzen Endlast Die ganze Endlast Ich hab auch denn überhaupt was Muss man immer weiter höher Mach mal dein Radar an Wie geht denn das Mit den Schultertasten Dö Genau So Hier unten müsste jetzt jemand sein Kannst du irgendwie durchlaufen Hier runter Ja Du siehst den Punkt ja Der Kreis Bist ungefähr Äh Da komm ich nicht runter Hast du eine Bazooka oder so Äh Ja 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 dann nimm die doch mal Und dann Ja du musst genau Da kannst du nicht Ja versuch mal da zu schießen Genau da kannst du durch Jetzt ist da ja ne Lücke Äh Und jetzt Versuch's mal Links Oder hier unten Ne da kommen wir her Oder hab ich oder Äh ich glaub ja Ich hab Die sind Devils Ich falle da auf Die ganze Zeit Ich glaub die sind Alle schon tot Das sind auch nur vier Stück Das ist ziemlich wenig Ne Ich brauch allem für sich gar nicht probieren Die zu töten Ne Du kannst das da oben freispringen Okay Ja Oh Gott Okay Ich glaub nach dem Baby Kannst du jetzt mal schnell hier voranschreiten Diesmal Also erstmal unten vielleicht checken Ne Ja unten war ja nichts oder Wir haben gar nicht geguckt Achso Ja warte Hab ich denn hier irgendwas zum schießen Ich hab hier sechs Basuka Schlüssel Ich hab auch glaub ich Basukas Schieß mal hier frei Dann gehen wir hier mal durch Hast du ein Schlüssel Ja Oh nein Oh nein Lass uns mal hier durchgehen Geht du da Ich hab kein Schlüssel Geht nicht Achso Kann nur ich das Ja nur du hast gerade Schlüssel Achso So da vorne war ein Arztkoffer Lass uns den mal holen Mhm Das brauchen wir Oh ich hab Du hast nur noch ein Leben Aber ich glaub du hast noch Koffer oder Genau So Kommst du Ja Was machst du denn Oh Mann Du weißt dass ich das nicht mit Absicht mache Wir spielen hier schön Level 10 So jetzt komm Ja ich vergesse das aber noch Jetzt mach auf Mach auf Wo muss ich auch machen Hier unten Und jetzt sammel den ein Ich Ja ich glaub du brauchst den als nächstes gleich Wenn das so weiter geht Wir haben es diesmal im vorherigen Level ein bisschen besser gelöst Deswegen stehe ich gerade ein bisschen besser da Mit der Energie und dem Leben So Dann gehen wir hier unten durch Lass die einfach in Ruhe Ja aber dich wollen mich doch töten Jetzt komm Ich hab den hier mit Eis erledigt So schnell Oh Gott Warte 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 Das sammeln wir ein So Mach mal dein Radar an Kannst du das gerade Ach weil ich gerade ein Monster bin Gibt das Okay So Schlüssel Clowns So Da unten ist noch jemand Also jetzt können wir gleich eine neue Motion holen Kommen wir gleich durch Und hier ist die nächste Scheiße Okay Hier unten Müsste irgendwo einer sein Da Ich rette dich Das war auch knapp Okay und jetzt müssen wir noch eine Person suchen Die müsste hier irgendwo im Direkt sein Das dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so schwierig sein Hier oben irgendwo rum Hier ist ein Baby bei mir Hey Was ist das denn Yeah So Hier lang So So Jetzt nichts wie weg hier Puh Wow Okay Ich weiß gar nicht was gerade passiert ist Wir waren einfach mal ein bisschen besser Wir oder du Wir Bis wir gewinnt Okay Go better Weeds gone bad Was könnte das sein Weeds Ist das nicht eigentlich Ich sag's ja jetzt Okay Also hier brauchen wir offensichtlich ein Rasenmäher Hast du ein Rasenmäher? Guck mal bei dir durch Nö Okay dann folgst du mir jetzt einfach Wir gehen hier einmal Die Wände Oh mein Gott Das werden immer mehr Jetzt komm Einfach hinter mir herlaufen Hinter mir herlaufen So Oh Gott Ist hier alles Gibt's hier noch Ich hab gleich keinen Rasenmäher Mehr Hoffentlich gibt's hier irgendwo noch einen Darf vielleicht zu dieser komischen Statue mal hin? Okay Ich bin tot Mist Ja das ist ganz schlecht Ganz schlecht Ich hab noch vier von dem Rasenmäher Kriegt man die Dinger auch irgendwie anders tot? Ich weiß es nicht Ich hab hier grad einen Trank getrunken Warte Ah das ist praktisch Sorry Es tut mir leid Warte Genau Komm mal schnell rüber Bleib da stehen Ich hab jetzt nämlich Wir müssen jetzt kurz warten Ich hab eben einen Rasenmäher eingesammelt Das heißt wenn wir ein bisschen Munition Guck doch ob da auch woanders einer ist Ich kann grad nicht so weit laufen Das ist das Problem Geh mal zu dieser Statue da oben Da war ja nichts Was macht die denn? Da war ich doch eben Macht die nix? Ne die macht nix Kann ich zuhören Oh das ist jetzt grad ätzend Jetzt müssen wir warten Okay Das war jetzt Das war die meine Schuld Ich konnte mich nicht mehr bewegen Du bist schlau So jetzt schnell hier Hier unten lang Markus wie? Hier So Out Oh das ist doch echt zum Kotzen So hier Jetzt wollen wir noch eine Oder einen Oder was auch immer Oh hier drüben Hier drüben Wir haben's fast geschafft Wir haben's fast geschafft Wir haben's fast Oh jetzt ist nichts wie weg hier Bin ich raus? Oh Gott Oh Gott Hä? Wir haben da nur noch ein Leben Okay Weed cutting bonus Alles klar Oh mein Gott Ich brauch They came to Earth For one thing Mars needs cheerleaders Das klingt gut Okay Was uns in dem Level erwartet Sehen wir in der nächsten Folge Wir haben keine Ja Bis dann Tschüss Alright Wir haben einen Was wir